Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Tom Clancy's Ghost Freak in Whitelands. Zusammen mit den anderen dreien. Mit der Jenny. Halli und hallo meine lieben Freunde. Mit dem Blacky. Hallo. Und dem komischen Mike. Ja danke. Und hier gegen das Mikro gehauen. Sorry. Und Mike hat alle Boote kaputt gemacht. Ja ich bin dir schuld. Sorry. Ja. Du bist schuld. Du bist eingestiegen und ich wollte dich zum Aussteigen zwingen. Also bist du schuld. Ja. Also die Boote sehen sehr schön aus. Mike das Boot ist kaputt. Ja ich weiß. Ich sehe es. Wie kann man die Position wechseln im Auto? Weiß ich gar nicht. War das nicht mit F-Tasten oder war das mit Steuerung? Ich weiß es gar nicht. Ne mittlere Maustaste glaube ich. Auf jeden Fall wollen wir den Kontroll hier eben schnell holen. Der ist hier direkt um die Ecke. Ja dann beitreten. Ja dann gib Gas. Seid ihr alle im Auto? Ja. Ja. Nö. Okay. Mike will nicht mit. Ach du Scheiße. Mike ist doch mit drinnen. Ja. 300 Meter. Dann sind wir gleich schon da. 100 Meter. Er fährt vorbei. Chill mal chill mal chill mal. Ich weiß. Nicht kaputt schießen. Ziele eliminiert. Oh das sind Zivilisten. Jetzt müssen wir ihn nur den anhalten. Jo mach ich schon. Nicht drauf schießen. Hallo. Der Zustand. Schreifen. Achso. Ich wollte meinen Kopf behalten. Warte. Zivilisten. Ich will den nicht unbedingt so befallen. Ich fahr vor ihm. Und ihr könnt reinschießen. Okay? Gib Gas. Ja was glaubst du was ich grad mache? Ich geh bestimmt nicht joggen hier. Okay. Sorry Zivilisten. Tot. Bitte. Holt. Passt auf der ist gleich tot. Ja. Das war's. Tschüss. Sorry. Kann man trotzdem noch die Punkte kriegen? Gekreif. 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 Ernsthaft? Na komm. Wir freuen. Gut. Ich würd sagen dann nehmen wir direkt den Duttingen hier oder? Wenn wir direkt um Elke sind. Na beitreten. Wenn wir schon mal so einen guten Wagen haben. Äh. Wir halten uns an den Verkehrsregeln. Ja wir müssen. Ich muss auf der anderen Seite hochtüllen. Und es ruckelt grad. Warte mal es ruckelt. Ja soll wir anders fahren eben? Nein jetzt gehts wieder. Es sind halt... Warte sind das nicht auch welche von denen? Wollen wir uns einen Buggy nehmen? Das sind halt so Drops von FPS wenn du neue Sachen lädst. Weißt du? Ja. Anstatt den Weg zu nehmen. Der fällt ein. So ist es raus. Ganz ehrlich. Erstens riecht grad nach Specke die Polonese bei mir zuhause. Und das rieche ich. Das heißt ich werde bald gesund. Ähm. Und zweitens war es nicht du derjenige der in der zweiten Folge gesagt hat. Der fällt ein. So macht man's. Ja und du? Hätte doch noch einen Fertigkeitspunkt wo wir eben waren. Okay. Okay. Dann müssen wir gleich nochmal wieder hin. Okay. Mir wird schlecht. Echt jetzt? Also so wie du hier gelastet hast. Der andere Fähigkeitspunkt ist dahinter. Hinter dem was wir machen. Oder waren wir da noch nicht? Da waren wir noch nicht. Da ist ein Fragezeichen. Ja noch mehr reinfahren? Ah ok. Tango getroffen. Das Flugzeug nicht kaputt machen. Wir ziehen uns zurück. Das hätten wir wegfliegen müssen. Oh. Genau. Da stand's auch noch. Weißt du? Das ist das zweite Mal das es Tobi jetzt macht. Das erste Mal. Zweite Mal. Erste. Zweite. Wer hat denn das beim ersten Mal das Auto in die Luft gejagt? Siehst du's? Das war Jenny. Nein. Du hast mich in die Luft gejagt. Nein das stimmt nicht. Und das kann man auch nicht in der Aufnahme nachschauen. So jetzt können wir wenigstens den anderen Fähigkeitspunkt holen. Das müssen wir ja nicht weg. Ja wenn Maik mal ganz kurz mich hier ran lässt. Aha du willst also dass Maik an dir rangeht? Ja. Ihhh. Nein ich will da Maik ran. Ihhh. Dann mach mal hier die Mine. So. Das andere können wir wahrscheinlich bald zu Fuß schneller sammeln oder? Naja wobei das ist einfach die Straße hier ein bisschen weiter. Dein Ernst? Ähm sind wir alle drinnen? Nein. Markiert die es? Wo wollen wir hin? Am besten ein Stück zurück weil das Ding gleich explodiert. Warte ich helf mal Lemon. Oh. Hey. Ok wohin jetzt? Äh Maik ich würde absteigen. Ja. Markieren mit D. Ja. Ich warte bis Lemon eingestiegen ist. Das ist ja alles hier zerballern. Ja. Es ist Tobi. Total. Hey. Ja. Jetzt nimmt er noch den Zwiebeln den Kopf mit. Ach weißt du was scheiße raus. Ähm. Wir stehen wieder alles gut. Wir waren auf der Seite aber. Hier ist kein Auftrag also hier kann ich alles zerschießen oder? Hier wär was. Hier sind Rebellen halt. Kommen wir raus wir holen uns. Abschuss bestätigt. Ach scheiß Zaun. Dachte ich mir auch grad. So alle tot. Nein noch nicht alles. Noch ne ganz. Warte. Die restlichen hab ich für dich übergelassen. Ne. Ich hab mir schon mal einen. Haben wir jetzt gerade versucht die Tür synchron einzutreten? Ja. Ja. Okay. Hat ja gut funktioniert. Ja. Ich kann mir Munition mitnehmen. So hier ist noch ein grüner Punkt. Ne der Fertigkeitspunkt ist hier noch. Ja hier an der Ecke. Oben? Ja. Ne. Komm her. Gerne. Achter. Wollen wir jetzt nen Helikopter nehmen? Hätt ich gedacht. Okay ich geh als. Kann ich anders mal fliegen? Nein. Also ich will nicht fliegen. Ich geh als Passagier rein. Gut. Lemon kommst du? Ich fliege. Moment. Ich will doch mal Escape drauf. Ähm. Oben bei Kulter? Ne das ist nen Storyeinsatz. Ähm. Ich bin cooler. Machen wir unten den Nebeneinsatz oder? Ja. Ähm. Achso. Oh. Äh. Was? Ach ich jetzt. Zwei Kilometer. Kann man ja mit Tobi mal sehen, dass er fünf Minuten nicht schießt tut? Das wird keine Folge sein. Das ist ein Spiel, wo man schießen muss. Wo man schießen kann. Nein, wo man schießen muss. Muss, kann, wie auch will er. Nein. Okay. Halt mal an, Tobi. Still. Warum? Halt mal bitte an. Warum denn das Nebeneinsatz? Es ruckelt. Du Genie. Okay, jetzt kannst du wieder. Kann man aussteigen? Du kannst eh drücken. Und wenn du Falschum hast, passt das. Obwohl ich einfach noch einen hab. Ich muss das als Fähigkeit freischalten. Ich hab noch einen Tango. Ich hab noch einen Tango. Ich hab noch einen Tango. Deckeres hin. Cool, da kann ich nichts machen. Ähm. Kann mir jetzt zugucken. Das war's? Ich geh schon ran, ja. Das war's. Oh. Okay. So, jetzt dürft ihr auch aussteigen. Wir haben dann noch einen Nebeneinsatz. Oder wollen wir erstmal die Zubehörerkiste einsummen? Das ist jetzt alles mit Zeitlimit, ne? Ach ja, okay, ich fahr hin, ich fahr hin. Hä, wie mit Zeitlimit? Guck mal auf die Zeit oben. Oh. Ich fahr schon. In der Hoffnung, dass ich rechtzeitig ankomme. Oh. Ich fliege. Ich fliege. Ja, ja, fliege hin. Liebst du noch? Ja. Das hast du aber echt gehört, ey. Ach, das war ihr. Das war ihr. Duf. Wo es grad so komisch gehört hat. Nein, mein Häsig. Das war mein Kopf. Ich bin rückwärts gefahren, er ist von mir gelaufen. Das Anschalten des Kartellfunks macht den Rebellen Mut. Du hast es geschafft? Ja. Heli, bleib stehen. Bleib stehen. Kumpas, hier spricht Baggatari. Nach eurem Siegen schöpfen meine Männer neue Hoffnung. Gute Moral stärkt den Soldaten. Ja. Hoffnung lässt Männer kämpfen. Aber wir brauchen mehrere... Die Waffen muss hier vorne, oder? ...für den Erfolg. Keine Sorge, Park. Die Party geht gerade erst los. Nomad, Ende. Hol mich bitte an der Straße ab, wenn das geht. Kamer, ich hab zu... ...schuldig zu sein. Äh, Maustaste. Was bist du bei dir, Jenny? Aber ich weiß nicht, ob du... Straßen oder Wald. Ich hör mal an. Ich hör mal an, dann kannst du nur steigen. Also ich bin die ganze Zeit über dir. Ja, ich versuche auf die Straße zu kommen. Oder hier. Hier ist ein Riesenfeld. Ja, ich... Guck mal. Ich steig da vorne. Will der Rest auch mit, oder? Ich glaub, der hat grad Spaß mit seinem MG. Okay. Gib wohl mich was. Ich hab ein größeres MG. Oh Gott. Äh, ich muss mir das mal eben markieren. Moment. Ist doch A, oder nicht? Ja, ne, ich hab... Nö, ich hab dann keinen Wegpunkt. Ah, okay. Ich seh es zwar, aber ich hab keine... Das ist jetzt A, D. Okay. Boah, mit nem Controller ist es echt angenehmer zu fliegen. Na guck mal, ein Helikopter oben drauf. Okay, halt ruhig. Halt ruhig. Halt ruhig. Achso. Da ist niemand. Ja, ich dachte grad, dass das hier oben jemand... Hach. Gelandet. 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 Wie ist denn da was? Ui, die sind aber ganz... Oh. Hier sind ein paar... Viele... Ich hab die Autoschießen, verdammt. Oh. Auf den darfst du schießen vor uns. Hm. Ne. Die Waffenkiste ist hier unten ein Stock unter dir, Tobi. Ja, jetzt muss man da runter. Ja, naja, irgendwie. Oh. Oh. Äh. Ungläge. Druckwiderstand. Ist weiter unten? Ich guck, was ich alles so... ...frillen kann. Achso. Äh. Hauppnis drauf. Hm. Falsche. Einer weniger. Skillen. Ah. Wärmebild wäre vielleicht auch ganz cool. Wir skillen. So. So, wo ist denn jetzt Jenny? Äh. Eine Tasche unter dir. Also vorletzte Tasche. Okay. Oh, langer Lauf, nehm ich. Boah. Boah. Ja, das war... Welches Gewehr war das? Meinst du mich? Na ja, das Teil, was wir gekriegt haben. Glaubst du das? Ich nehm ja welche Waffe das noch. Geht's? Ein Tango weniger. Super. Schiff doch einfach da drüben. Okay. Ähm. Wow. Wer macht's gerade doof. Dann werden wir hier rein theoretisch fertig. Jo. Wir sollten wahrscheinlich so ein paar Kisten noch, oder? Ja, hier irgendwo müsste noch eine Kiste sein. Ähm. Hallo, gehst du auch runter? Danke. Hier sollte irgendeine Kiste noch sein, warte mal. Ja, ich lande hier nur mal eben. Dass du gleich mit dem Heli halt weg können. Ach, da ist es, hab sie. So. So ist mir hier wieder runter. Autsch. Der ist ein zweiter Tango. Ich hab nur ein paar... ...Gegner am Hals. Oder... ...Wir eher gesagt. Äh, achso, da hinten seid ihr. Ah, da hinten bist du. Okay, das war's. Geht, lass mal weg. Komm, wir wehen. Na, dann auf zum Heli, würd ich sagen. Okay. Ist halt die schnelle Support-Bewegungs-Methode. Wer schießt das nicht? Aber wir haben schon wieder die 15 Minuten voll. Echt jetzt? Ja? Scheiße. Ja. Also das ist irgendwie ein bisschen sehr schnell gerade. Wir haben... Wo hast du geparkt? Da oben. Oder zu dem Heli. Ja. Ich kann nicht einsteigen. Zu... Klein. Äh. Muss ein Stück runter. Äh. Ähm. So. Ich hab hier einen Supersportwagen. Aber da will ja keiner mit. Ne. Ähm. Du darfst abmoderieren. Hey, hey. Runter. Ja. Wo ist Mike eigentlich? Ach, da. Ja. Äh, dann würd ich sagen. Nächste Folge geht's weiter, oder? Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.